Ich starte die Aufzeichnung, jetzt geht's los, ganz offiziell. Perfekt, super, also an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen. Wir wollen hier so ein, ja, wir wollen jetzt nicht FAQ-Webinar nehmen, aber es soll auch Zeit für eure Fragen sein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir wollen hier ein paar Trends beziehungsweise Tipps präsentieren, so Quick Wins, wo wir denken, dass du schnell etwas davon haben kannst. Und hier und da werden wir auch nochmal die ein oder andere News mit zwischen einstreuen. Wir haben angekündigt, dass Mario Burgart mit dabei ist, also Christoph und ich sind ja da, Wiebke ist sogar halb da, die sich eigentlich auch hat entschuldigen lassen, aber Mario lässt sich auch entschuldigen, der liegt auch flach. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich so viele Leute um mich herum in irgendeiner Form krank sind. Ich auch inklusive, also ein bisschen, es geht noch, aber meine Stimme, wie ihr vielleicht hört, die ist auch leicht mitgenommen. Also Verzeihung dafür. Wir wollen das hier auch nicht heute so förmlich machen, also jetzt nicht irgendwie viele Slides oder so, sondern wie gesagt, wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben und zu diesem Webinar sowohl Kunden als auch Nicht-Kunden eingeladen und wollen das hier ja natürlich im Quenten-Kontext, aber auch für die anderen Teilnehmer so interessant halten wie möglich. Also in diesem Sinne, ich würde sagen, Christoph, willst du vielleicht anfangen und wir wechseln uns dann ab? Ja, können wir gerne machen. Erstmal von mir natürlich auch ein herzliches Willkommen hier bei unserem Live-Webinar. Freue mich, dass ihr heute da seid, Freitagvormittag, kurz vor Weihnachten. Jeder hat so ein bisschen Hektik und seinen Stress. Der eine oder andere, so wie ich, hat vielleicht auch noch keinen Weihnachtsbaum. Da ist aber dann morgen ja auch noch Zeit und spätestens am Sonntag kriegt man dann die allerletzten Rest-Exemplare. Ja, und wir haben ein paar Tipps vorbereitet oder beziehungsweise wir haben ein paar Trends ausfindig gemacht, von denen wir glauben, dass sie einfach in 2024 extrem wichtig werden können. Und ich fange mal an einfach auch mit meiner Nummer 1, von der ich glaube, dass sie tatsächlich mehr und mehr in den Fokus rücken wird, sofern sie das nicht bei euch ohnehin schon ist. Bei mir war es dieses Jahr soweit. Ich bin ja auch als Copywriter tätig und ich habe mich lange dagegen gesträubt, dass mir jemand bei meinen Texten hilft, bis ich mich dann doch irgendwann mit dem Thema beschäftigt habe und mir JetGPT, KI angeschaut habe. Ist eine Menge Arbeit, wenn man damit startet, dass man erst mal sich genau überlegen muss, wie man mit so einer Maschine kommuniziert, dass am Ende nicht einfach auch nur Unsinn bei rauskommt. Aber wenn man das gemacht hat, wenn man für sich herausgefunden hat, wie man einen Prompt, also diese Eingabe in den Chat so formuliert, dass die Maschine weiß, was sie machen soll, wenn man das auch interaktiv mit mehreren Iterationen so herausarbeitet, auch den Prompt, dass er dann irgendwann eben so weit aufbereitet ist, dass er funktioniert, dann glaube ich schon, wenn man diese Skills sich einfach aneignet, dass man damit in 2024 und fortfolgende Jahre einen Vorteil haben wird, weil Content Creation, egal ob nun E-Mails, Blogtexte, Social Media, teilweise, ich schreibe auch Reden für fremde Leute und lasse die mittlerweile alle immer nochmal durch JetGPT durchlaufen. Ist die Struktur richtig? Kann man da eventuell noch was ergänzen? Sollte man was weglassen? All diese Sachen sind natürlich eine enorme Arbeitserleichterung für mich als Copywriter, aber auch Videoskripte zum Beispiel kann man damit machen. Und Checklisten, Freebies, alles das geht rasend schnell. Also für mich ein ganz, ganz großer Trend für jetzt und die kommenden Jahre wird sein, die Nutzung von Content in den Marketing-Mix. Petra, guten Morgen, ich mache dich mal stumm, dann kannst du weitergehen. Ist also ein ganz, ganz großes Thema, was kommen wird oder schon da ist. Und ihr seid sicherlich gut beraten, wenn ihr das für euer Marketing nutzt. Übrigens Neukunden, wenn ich das an dieser Stelle auch mal sagen darf, von Quenten bekommen, wenn sie jetzt sich entscheiden für Quenten, auch einen KI-Kurs mit dazu, den ich aufgezeichnet habe, wo ich genau erkläre, wie man mit dem Medium arbeiten muss. Da ist sogar ein Prompt dabei, beziehungsweise ein sehr, sehr langer Prompt, der nach und nach schlicht und abgearbeitet wird, der für alle Sachen wie Mails, Blogtexte, Videotexte etc. eben wunderbar funktioniert und den ich selbst auch jeden Tag in meinem Marketing oder in meiner Arbeit einfach nutze. Das ist so mein Haupttrend, glaube ich, der ganz, ganz große Trend. Die weiteren Trends, die ich nachher habe, die ich euch nachher vorstellen werde, bauen im Prinzip auch darauf auf, dass man die Möglichkeiten nutzt. Man sollte nicht vergessen, wir können eben durch den Einsatz von KI, möchte ich gerne noch sagen, auch sehr, sehr stark, weil wir ja sehr schnell Content produzieren können, auch sehr, sehr stark personalisieren und den Menschen eben das senden, was sie wollen. Also so wie man früher eben, also zu Fuß quasi eine Mail geschrieben hat, kann man heute in der gleichen Zeit möglicherweise drei, fünf oder zehn E-Mails schreiben und hat dadurch natürlich viel bessere Möglichkeiten, seinen Nutzer entsprechend anzusprechen. Das ist so mein Haupttrend, Daniel. Ich ergänze da auch nochmal meine persönliche, mein persönliches Handling mit ChatGPT ist, also die Wahrnehmung von mir ist so, ich betrachte mich ja auch als Texter und den Weg, den Christoph beschreibt, das ist, wenn man texten kann, hier und da wirklich ein sinnvoller Weg. Also man macht sich erst Gedanken und sagt dann hinterher beispielsweise, okay, schreib mir jetzt diese zwei Absätze, die ich geschrieben habe, in nochmal ein bisschen lesbarer oder so. Ich habe aber, ich sehe immer mehr, wenn man wirklich von null an anfängt und natürlich ist das eine riesige Hilfe für Leute, die nicht so gut texten können, aber wenn, wie du sagst, die Promps nicht stimmen, dann kommt da teilweise so ein Quatsch daraus. Also man sollte wirklich teilweise mal seinen Kopf anstrengen und sich dann noch merken, welche Promps für einen funktionieren. Du hast es gerade gesagt, neuer KI-Kurs, also erstmal sowieso hier für die Bestandskunden. Ja, wir haben, wir geben ja immer hier und da Videokurse dazu. In der Regel sind die natürlich auch dann für euch freigeschaltet. Ihr findet die unter members.quenten.com, meine ich, ist, glaube ich, der Zugang für unsere Akademie, wo parallelen Zugang erstellt wurde. Also Bestandskunden bekommen das und eben für neue Kunden. Wiebke, vielleicht kannst du hier mal den Sharing, nee, gar nicht, Entschuldigung, an dieser Stelle nicht. Also neue Kunden bekommen das dann natürlich auch freigeschaltet. Übrigens, wer noch kein Kunde ist, es lohnt sich gerade vielleicht jetzt zuzuschlagen, denn zum Ende des Jahres werden wir eine Preiserhöhung durchführen müssen. So, hier kommen Zwischenfragen. Ich möchte kurz was ergänzen, so gut es stimmlich geht. Die Bestandskunden, also wenn ihr Interesse an so einem neuen Kurs habt, müsst ihr uns Bescheid geben, damit wir euch den freischalten können. Es wird nur für neue Kunden direkt freigeschaltet. Ja, wir schauen da nochmal in den Prozess. Wenn ihr irgendetwas vermisst im Mitgliederbereich, dann meldet euch gerne bei uns. Also, wir können automatisch in den Mitgliederbereich gehen. Ich will an dieser Stelle nicht zu viel versprechen. Auf jeden Fall kriegt ihr den Zugang. Ob es jetzt schon für euch im Mitgliederbereich sichtbar ist, will ich an dieser Stelle nicht versprechen. Ich arbeite daran, dass das im besten Fall sichtbar ist, ohne dass ihr nochmal aktiv nachfragen müsst. Also, wenn ihr euch dort einloggt. Ich schaue mal. Im Moment, ganz ehrlich, im Moment ist auch bei uns der Krankheitsstand unfassbar hoch. Hier Christian und PG rocken das Haus gerade und gehen auf dem Zahnfleisch. Bei uns sind auch gerade alle krank. Also, ein bisschen Geduld. Also, neue Kunden kriegen den auf jeden Fall sofort. Den Bestandskunden werden wir diesen weiteren Kurs nicht vorenthalten. Es gibt ja noch zwei Kurse, die wir in der Regel hier und da als Bonus verpacken. So, also, wie gesagt, Preiserhöhung. Es könnte sich lohnen, jetzt zuzuschlagen. So, jetzt komme ich zu meinem ersten Tipp bzw. Trend. Und das habt ihr bei uns schon im Newsletter gesehen, dass ich das hier und da auch schon umsetze. Und zwar ist es so ein bisschen total gegen den klassischen Marketing-Tipp ist, dass ich glaube, dass der klassische Newsletter einen unglaublichen Aufschwung erleben wird. Was meine ich mit einem klassischen Newsletter? Ich meine damit wirklich etwas, wo es um ein größeres Themenspektrum geht, wo unter Umständen acht, zehn, vielleicht auch wenn man klein ist, vielleicht nur drei Themenblöcke irgendwie behandelt werden, die ein festes Format haben, ähnlich wie so eine Art Magazin mit vielen Bildern. Also, nicht mit übertrieben vielen Bildern, aber auf jeden Fall auch mit Bildern. Es gibt dort ein paar amerikanische Seiten, die ich hier gerne als Beispiel nennen kann. Ich vergesse mal die Deutsche, die das auch schon... Es gibt schon einen deutschen Abklatsch, will ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt beispielsweise The Hustle, es gibt Morning Brew. Ich kann das auch gleich nochmal wiederholen. The Hustle, Morning Brew, Milk Road. Und ich habe sicherlich noch welche vergessen. Aber nur mal diese drei. Schaut euch mal bei diesen Dingern. Also The Hustle, Morning Brew und Milk Road. Wenn jetzt jemand die Links hat, gerne mal in den Chat vielleicht posten oder sowas. Und schaut euch mal dort die Landing Pages an und schaut euch mal dort die Art des Newsletters an. Sorry is English. Wie gesagt, es gibt schon eine deutsche Sache, aber zur Not Google Translate benutzen und einmal einen Blick drauf werfen. Wenn man sich vorstellt, wie funktioniert ein gedrucktes Magazin, dann ist das letztlich so, dass dieses Format des gedruckten Magazins in die E-Mail gerutscht ist. Ich habe das bei dem Newsletter The Hustle sehr genau analysiert. Dort gibt es beispielsweise eine Top-Story mit 100 Wörtern, mehrere Kurz-Stories, dann ganze Blöcke, wo nur einzelne Sätze sind zu bestimmten Themen. Dann natürlich ein Werbeblog, dann natürlich deren eigenen Events und eigenen Produkte, was die dort machen. Aber die Idee ist die, erfahre innerhalb von fünf Minuten alles, was gerade aktuell und wichtig zum Thema XY ist. Dort ist es Business und Technologie oder Krypto bei den einen. Und die Idee ist, dass man wirklich wie so eine Art Magazin runterskippt, das liest, was einen interessiert und dann gegebenenfalls auf weiterführende Links klickt. Und warum glaube ich, dass dieser Newsletter so gut funktionieren wird? Weil das ein Newsletter-Format ist, was wir eigentlich parallel neben unserem normalen Newsletter aufsetzen können. Also sprich, wenn ich ein Newsletter betreibe, dann kann ich einmal so ein bisschen verinnerlichen, was ich da eigentlich gerade mache. Und eigentlich, wenn man ein Newsletter hat, hat man einen kleinen Verlag. Und in diesem Verlag kann es auch mehrere Formate geben. Und so könnte der contentreiche Newsletter, neben den Verkaufs-E-Mails und was weiß ich, was man noch alles rausschickt, einfach ein Format sein, was dazu dient, dass die Leute regelmäßig etwas bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einen riesigen Newsletter einmal am Tag machen sollte, sondern was weiß ich was, zweiwöchentlich oder wöchentlich, wo man sich wirklich vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht und die Leute das gerne lesen. Und ihr habt das gesehen bei ein paar Newslettern die letzte Zeit, da sind dann wirklich zwei, drei Themen. Das kann man natürlich noch weiter ausbauen. Die erzielen die gleiche Opening Rate. Logischerweise erzielen die nicht die gleiche Klickrate pro Einzellink, aber dafür bessere Klicks. Und das bringt mich zu dem Nächsten, was ich hier die ganze Zeit mache, oder was ich bei uns sehr stark propagiere. Und das ist klare Kommunikation. Ich predige das immer bei uns. Ich sage mal, Christoph bändige ich nicht und versuche es auch nicht. Ich lasse ihn dann mal in Ruhe hier und da. Aber insgesamt bin ich ein großer Fan von klarer Kommunikation ab der Betreffzeile mit dem Hintergrundwissen, die Leute, die dieses Thema nicht interessiert, die müssen nicht die E-Mail öffnen. Also, wenn ich irgendeine Landingpage habe und ich weiß, die geht ums Thema Pay-Per-Click-Marketing, dann brauche ich dann nicht einen super geheimnisvollen Hook zu machen, damit eine maximale Anzahl diesen Newsletter öffnen und alles mysteriös erklären, um die Leute in den Klick reinzudrücken, sondern ab der Betreffzeile klar kommunizieren. Ich hoffe, ihr seht das auch bei uns. Wir versuchen das hier zu machen einfach, um die Leute vor irrelevanten Informationen zu verschonen und denen auch die Möglichkeit zu geben, nicht zu öffnen. Das kann nämlich eben auch eine Sache sein, die hier und da wichtig ist. Bei uns im Newsletter ist halt vom Coach bis zum Konzern über die Partei, da ist alles dabei. Dass die sich für gewisse Sachen interessieren oder nicht interessieren, das ist vollkommen klar. Und dann versuche ich da zumindest, dass die da sparen. Also, der klassische Newsletter. Überlegt das mal, ob ihr da vielleicht so ein Format macht oder so ein Nebenformat. Wenn der Newsletter gut ist und ihr schaut euch die Landingpages mal an von The Hustle, Morning Brew, Milk Road, die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip, dann seht ihr, dass der Newsletter als solches der Grund für den Eintrag ist. Das ist in unserer Welt sehr, sehr selten. Es gibt welche, die haben das so, aber in der Regel versuchen wir immer irgendwas zu geben. Ein Webinar oder ein E-Book oder irgendwie sowas. Aber wenn man sich da hinsetzt und man bemüht sich, das aufzusetzen, ja, mittlerweile mit AI, mit externen Textern, das heißt ja nicht, dass man alles selber machen muss, sondern man muss ein bisschen denken wie ein Verlag. Dann hat man seine Autoren. Im weitesten Sinne vielleicht hat man sogar seine Redaktion. Man muss auch nicht immer selber der Absender sein. Und dann könnte so etwas sein, wo ihr das selber mal anschauen könnt. Also Alex Rusch, einer auch unserer besten Partner. Das ist jetzt sein E-Mail-Format. Der hat natürlich ein Output ohne Ende. Der macht so ein Ding einfach einmal am Tag. Also klassischer Newsletter. Okay, in diesem Sinne würde ich wieder, wir können ja mal gucken, wenn irgendwelche wichtigen Zwischenfragen sind. Wir haben jetzt keine, sind nur im Prinzip bis einmal geteilt. Also wir nehmen uns am Ende auf jeden Fall noch Zeit für eine offene FAQ-Session. Also wenn da noch Fragen sein sollten, gerne da nachfragen. Okay. Ich würde da noch ergänzen. Ich glaube, dass eben sehr, sehr viel auch in Richtung dieses Snackable Contents geht. Also, dass man Informationen schnell und ja einfach konsumieren kann und der User das auch möchte. Und in dem Fall bietet sich natürlich ein wie auch immer gearteter, also ob nun täglich, wöchentlich oder 14-tägiger Newsletter an, um eben interessante Informationen auf den Punkt zu bringen. Finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Idee. Also kann man durchaus wieder machen. Das dauert natürlich etwas länger, bis man eine entsprechend große Anzahl an Leser gewinnt, wenn der Newsletter nur der Grund ist, um sich einzutragen. Dann muss sich Qualität eben langsam durchsetzen. Aber ich glaube schon, dass das ein Format ist, was mit Sicherheit zukunftsträchtig ist. Oder ein eigener Business Case, wie man eben bei den beschriebenen Seiten sieht. Also hier sind ja welche dabei, die schon Newsletter haben, natürlich. Aber der Newsletter als solches, als Medienunternehmen gedacht, kann ein Business Case sein. Ein Unternehmenszweck quasi. Genau. Kann gut sein, ja. Mein zweiter Trend, von dem ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich mit dem zu beschäftigen, ist Nachhaltigkeit. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Viele große Unternehmen machen mittlerweile auf nachhaltig, sage ich mal. Also wenn man sich mal anschaut, ich bin ja Läufer. Das ist hier zum Beispiel ein Adidas-Shirt. Und es gibt sehr, sehr viele Sachen von Adidas mittlerweile, die aus Recyclingplastik hergestellt werden. Also wo man hier eben auf Nachhaltigkeit setzt. Ich habe andere Kunden auch, die sehr stark kommunizieren, wenn sie auch im Sinne des Unternehmens, also durchaus damit Geld verdienen, aber nachhaltige Konzepte umsetzen. Und ich glaube, dass wir auch durch eben die Medien, aber auch durch eben Gesetze, die erlassen werden, sehr, sehr viel sensibilisiert werden darauf, dass wir eben uns drum kümmern, wie etwas produziert wird, was die Firma sonst so macht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark Einfluss darauf nehmen wird, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen. Also wenn es zwei vergleichbare Firmen gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich dann eher dahin geht, wo die Firma auf der einen Seite nachhaltig arbeitet, auch das kommuniziert und gegebenenfalls auch eben soziale Verantwortung auch übernimmt. Ist jetzt vielleicht für einen einzelnen Marketer gar nicht so unbedingt einfach, das zu kommunizieren, aber auch da kann man, glaube ich, durchaus schon sagen, dass man eben auf bestimmte Dinge vielleicht verzichtet, zugunsten der Umwelt, zugunsten eben von anderen Sachen, die wichtiger sind als das persönliche Erleben. Ich glaube, dass das etwas ist, was man einfach als Wert kommunizieren darf, kann, und woraus man dann durchaus auch eben einen entsprechenden Nutzen ziehen kann. Ich glaube, das wird immer mehr, immer wichtiger tatsächlich. Naja, bis hin, dass das bei gewissen Sachen tatsächlich auch schon Anforderungen sind. Also natürlich, wenn ich jetzt ein kleines One-Man-Show-Beratungs-Business habe, aber auch dort kann ich an Kunden kommen, wo das auf einmal interessant ist. Dort sind ja die Entscheidungsmatriken, die Entscheidungsmatrix, die besteht ja auch eben auf so einem Punktesystem. Und so kann es eben sein, also als Beispiel, wir bei Quenten bemühen uns auch im Rahmen der Möglichkeiten nachhaltig zu sein. Wir haben halt kein Asset-lastiges Business, aber das tun wir halt dadurch, dass wir grüne Server haben. Also das ist unser Teil, dem wir dazu beitragen können. Und das war bei gewissen Krediten Voraussetzung, dass da eine gewisse Nachhaltigkeit im Unternehmen verfolgt wird. Da waren jetzt noch zwei, drei andere Punkte, aber logischerweise als kleines Softwareunternehmen haben wir jetzt wenig direkten Einfluss auf die Umwelt. Aber genau da beginnt da schon grüne Server, da geht es schon los. Wenn man auch nichts anderes hat, das kann man machen. Also finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also man darf es gar nicht unterschätzen, was das Internet an Strom verbraucht, der ja irgendwo herkommen muss. Und wenn man sich da eben auch zum Beispiel jetzt für ein Unternehmen wie Quenten entscheidet, das eben grüne Server hat und das durchaus auch kommuniziert, dann ist das mit Sicherheit ein großes Thema. Marion schreibt gerade, Barrierefreiheit bei Online-Kursen. Ja, auch das, also es gibt ja, ich weiß gar nicht, wann das konkret wird. 2025, glaube ich, müssen neue Webseiten barrierefrei sein. Sehr, sehr guter Hinweis, Marion. Also wird immer wichtig. Ich habe das gerade dieses Jahr auch auf einigen Online-Konferenzen schon als Themenkomplex gehabt, dass es wichtiger wird. War sogar auf der Campix in diesem Jahr ein Opener. Also hier, wie sagt man da? Keynote? Genau, Keynote. Thema Barrierefreiheit, was das alles beinhaltet. Auch das gehört natürlich mit dazu. Und wenn man das eben auch kommuniziert, glaube ich einfach, man sammelt da Pluspunkte. Also vielleicht könnte man den Trend nicht Nachhaltigkeit nennen, sondern einfach sinnvolle Pluspunkte sammeln. Und eben den Menschen es so einfach wie möglich zu machen, auch zu konvertieren durch eben solche Sachen, die, ja, wo man eigentlich gar nicht drüber nachdenken sollte, dass eine Seite auch eben für jemanden, der nicht lesen kann, also der blind ist beispielsweise oder andere Einschränkungen hat, erreichbar sein sollte. Dass eben Sachen, dass man darauf achtet, wo man seinen Strom, seine Energie herbekommt als Unternehmen. Und dass man eben, ja, schaut, dass man vielleicht jetzt nicht umweltverschmutzende oder was auch immer Arten eben unterstützt, sondern da auch einfach auf sich achtet und sein Wertesystem, das man privat hat, auch auf die Firma überträgt. Genau. Letzten Endes geht es grundsätzlich um das Gemeinwohl, schreibt Sabrina. Und das, denke ich, ist, glaube ich, eben auch so die Überschrift, dass man darauf einfach Rücksicht nimmt und das, und das finde ich, das darf man, dann auch zu seinem Vorteil, zum Vorteil aller im Marketing einfach einsetzt. Finde ich sehr, sehr wichtig. Zur Frage, was grüne Computer, grüne Server meine ich, dass unsere Server, auf denen die ganzen Hosts und Webseiten und so laufen, dass die mit grüner Energie betrieben werden. Also, ich glaube, es ist Wasser, Wasserkraft tatsächlich oder sowas, ja. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Wir haben noch eine Frage oder beziehungsweise einen Hinweis. Christine Frux schreibt, sehr interessant, das mit der Barrierefreiheit wäre, wenn ihr da auch mal ein Webinar anbieten könnt, das wäre super. Ich kann mal eine Seite posten von unserer Regierung, Barrierefreiheit, Dienstkonsolidierung, Bund etc. Dort wird eben alles zu diesem Thema kommuniziert, was man da wissen muss zum Thema Barrierefreiheit und was es eben auch heißt, auf der einen Seite Hardware natürlich, aber Webseiten, alles das, was es umfasst, schicke ich einfach mal in den Chat gleich rein. Ja, Hundi, du bist jetzt los, ich weiß. Ein Teil ist auch sicherlich bei Amazon, ja. Aber die Hauptsysteme sind eben nicht bei Amazon bei uns. So, was haben wir noch? Okay, also ich komme zum nächsten Tipp. Thema neue Leads beschaffen ist natürlich hier für jeden eines der Dauerthemen. Und wir sind, wir hoffentlich sind ziemlich stark im Bereich Affiliate-Marketing, aber wir schalten auch die ganze Zeit Anzeigen. Jetzt mal eine Frage. Hat irgendjemand mal von mir in den letzten zwei Monaten Werbevideo gesehen? Wurde mal irgendwo irgendetwas eingeblendet? Ich will mal wissen, wie weit es verbreitet ist. Ja, naja, okay, keiner. Also wir haben für einiges Geld die letzten Monate geschaltet und haben hier mal einen neuen Ansatz verfolgt, den ich auch gerne mit euch teilen möchte. Also jeder weiß natürlich, PPC ist eines mit der schnellsten Wege, um Leads reinzukommen, aber wir alle haben damit ja unsere Sorgen, nämlich, dass wir vor der Herausforderung stehen, einen relativ hohen Leadpreis wieder reinzuholen oder hoch. Ist immer relativ, vielleicht bist du in irgendeiner Nische, wo du gerade wirklich günstig oder verhältnismäßig günstig Leads einsammeln kannst, aber ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, für uns sind 20, 30 Euro für eine E-Mail-Adresse zu bezahlen, sind absolut normal. So, was machen wir jetzt hier? Ich war auf einer wirklich coolen Mastermind, wo ich einen Vortrag gesehen habe und das gleich umgesetzt habe und das möchte ich hier auch nochmal ein bisschen teilen. Wenn wir denken, wir haben beim Thema Split-Testing, insbesondere beim Split-Testing von Video-Anzeigen auf Facebook oder Instagram, das lässt sich auch auf andere Videonetzwerke ganz sicher übertragen, wenn wir denken, wir haben da ein bisschen Split-Testing gemacht und ich glaube, ich schließe da viele Leute mit ein, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mal fünf Anzeigen und schaue mal, ob das eine so läuft und da ändere ich jetzt mal an dem Bild das und das, dann sage ich euch, so etwas gibt es noch auf einem ganz, ganz anderen Level. Also ergo, wenn ich mir die Frage stelle, was definiere ich als Messpunkte bei Video-Anzeigen, dann habe ich ja ganz simpel den Punkt, okay, ich zeige eine Video-Anzeige und ich schaue, was hat es mich gekostet, die einblenden zu lassen, was hat es mich gekostet, die Besucher auf die Webseite zu bekommen und wie viele Leads sind dabei hinterher rausgekommen. Das ist in der Regel somit das Einfachste, wie man das so macht und dann entscheidet man, okay, das Video ist gut, das Video ist nicht so gut und dann lässt man das unter Umständen weiterlaufen. Aber man kann auch Split-Testing wirklich auf den Punkt ziehen, dass man das Video-Engagement misst. Was will ich damit sagen? Wenn ihr bei Facebook Anzeigen schaltet, dort gibt es unterschiedlichste Auswertungen. Man bekommt in der Regel immer angezeigt, was kostet es mich pro Tausender, die einzublenden, was kostet mich ein Klick, was ist die Durchklickrate und so weiter. An diesen Spalten, diese Spalten kann ich anpassen und dort kann ich mir anzeigen lassen, wie die Video-Performance aussieht beziehungsweise das sogenannte Video-Engagement. Also wir haben die Leute mit den Videos interagiert und dort kann ich dann genau sehen, okay, 10.000 Leute haben dieses Video eingeblendet bekommen und es sind davon so und so viel bis zum Ende von 25% da geblieben, so und so viel sind bis zur Hälfte da geblieben, 75% und ganz zum Ende. Und so kann ich mir nicht nur die generelle Frage stellen, hat dieses Video funktioniert oder nicht, sondern ich kann viele Videos ins Rennen schicken und mir dann sogar noch die Frage stellen, was hat in den einzelnen Videos besonders gut funktioniert? Also es kann ja im Ergebnis sein, dass ich sehe, hey, dieses eine Video, das hat die Leute super gehalten am Anfang, also ein super hohes Engagement gehabt und am Ende habe ich sie irgendwo verloren und ich habe ein anderes Video, wo vielleicht das Ende besonders gut funktioniert hat mit dem Ergebnis, logischerweise, man macht aus diesen beiden Videos dann eines und von dieser gemergeden, zusammengefassten Variante dann wieder ein paar weitere Testversionen. Also Thema Split-Testing bei Anzeigen, mal anders denken, wir haben glaube ich mit diesem aktuellen Test 15 bis 18 Videos ins Rennen geschickt, haben da jetzt dreieinhalb Gewinner und werden jetzt aus diesen Gewinnern neue Varianten machen, die wir dann in Zukunft promoten. Einfach mit dem Gedanken, hey, wenn ich so etwas die ganze Zeit mache, ich nehme dann die Gewinner-Variante und dann mache ich daraus wieder Testvarianten, wo ich dann wirklich mal überlege, was sind die Worte, die ich gesagt habe, was ist die Kleidung, die ich anhabe, was ist der Hintergrund, was ist die Hintergrundmusik, welches Farbenthema nehme ich da. Wie gesagt, ich bin da rausgekommen und habe gesehen, wie die einen Online-Shop mit Häkel-Sets aufgebaut haben auf 20 Millionen Jahresumsatz mit solchen Video-Anzeigen, aber die haben eben auch wirklich Arbeit in diese Video-Anzeigen investiert. Also, wenn ihr Anzeigen auf Facebook und Co. schaltet, was ihr immer tun solltet, wenn es auch für ein 3 Euro, 5 Euro Budget am Tag ist, ihr solltet auf jeden Fall immer Werbung machen, aber wenn ihr es mit ein bisschen Dynamik angeht, dann überlegt euch mal, ob man hier nicht gewisse Videos mal gegeneinander testet und hier mal überlegt, wie kann ich daraus gewisse optimierte Kampagnen machen. Das mal so als Tipp, das, was wir gerade machen und was sehr erfolgsversprechend ist, also sprich, logischerweise, wenn man 18 Videos ungefähr ins Rennen schickt und man lässt dann nur die Besten weiterlaufen, dann ist das schon eine sinnvolle Sache und wenn man daraus dann auch weitere Testvarianten macht, dann kann es hoffentlich nur noch besser werden. So, also das mal so ein kleiner GPC-Tipp für zwischendurch. Ja, vielleicht nochmal der Hinweis an dieser Stelle, nochmal ein bisschen Werbung, Quenten, Preiserhöhung, ich hoffe, es hat jeder mitbekommen, wir haben es klar kommuniziert, also wer noch nicht Kunde ist, es kann sich lohnen, jetzt schon zu bestellen. Wenn man Kunde ist, muss man einmal kurz beurteilen, ob es sich lohnt, ein Upgrade zu machen. Also es kann sich eben auch lohnen, eventuell ein Upgrade zu machen. Auch hier nochmal ganz kurz die Info zu der Preiserhöhung. Bestehende Verträge, die grandfasern wir, so nennt man das, also wenn man die einfach nicht anpackt und damit nichts macht. Ich will aber trotzdem auch an dieser Stelle sagen, wenn jetzt die Inflation die nächsten drei Jahre auf 50% steigt. Wir sprechen hier kein Lifetime-Preisversprechen aus, aber bisher haben wir noch nie bestehende Verträge in irgendeiner Form angepackt und planen das auch hier nicht zu tun. Also wenn bei euch beispielsweise eh irgendwann jetzt ein Upgrade ansteht oder ihr sympathisiert mit gewissen Sachen, dann könnte eben für Bestandskunden durchaus ein Upgrade Sinn machen. Dann habe ich noch eine Sache, die ich hier zwischendurch reinschmeißen will. Und wir haben es angekündigt in dem Affiliate-Bereich und das weiß sicherlich noch nicht jeder hier. Wir arbeiten aktuell an einem neuen Formbilder und natürlich sollte der auch eigentlich schon live sein. Und ich hätte ihn auch schon gerne promotet. Aber wie ich sagte, der Krankheitsstand ist enorm hoch gerade. Wir sind einfach nicht dazu gekommen, wie das leider in der Entwicklung mal so ist. Aber ihr könnt in der nächsten Zeit, ich hoffe tatsächlich noch in den nächsten Tagen, und wir werden es einblenden und informieren, und dann kommt ein neuer Formularbilder rein. Und ich kann dazu jetzt auch noch keine Demo machen. Ich habe einen Zugang zu einem Entwickler-Account, aber das sieht alles noch nicht so aus, wie es dann aussehen soll. Und ich will ja auch nicht den falschen Eindruck vermitteln. Aber nur, dass ihr wisst, Quentin ist dabei, kurz davor einen neuen Formbilder zu veröffentlichen. Strukturell sieht der schon so ein bisschen aus wie unser normaler Formbilder, aber der kann halt mehr, der ist ein bisschen smarter. Dort geht es beispielsweise sehr stark um das Thema mehrstufige Formulare. Also du kannst, übrigens, man kann auch jetzt schon mit Quenten, mit ein bisschen technischem Geschick und Überleitung von Parametern und so weiter, kann man jetzt schon mehrstufige Formulare sich zurechtbauen. Und diesen Schritt, den wollen wir einfach, den wollen wir noch vereinfachen. Also sprich, wenn ich die volle Adresse von jemandem haben will, dann frage ich vielleicht im ersten Schritt nur Name und E-Mail ab und dann im zweiten Schritt die Adresse. Also da kommt ein wirklich cooler Formbilder, dass ihr darüber informiert seid. Wie gesagt, hätte ich gerne schon Anfang des Monats drin gehabt, aber das sind Sachen, da stecken wir leider nicht drin. Ich bitte da ein bisschen um Verständnis, wenn du zu den Leuten gehörst, wo da schon angekündigt wurde. Aber ich gehe davon aus, es kommt jetzt wirklich demnächst. Ja, also das waren so die Ankündigungen hier und mal wieder die Überleitung an Christoph. Ich habe auch gerade nochmal den Link auf unserer Preisseite reingestellt. Also wer noch kein Quenten-Kunde ist, kann sich dort auch die ersten 30 Tage für einen Euro sichern. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man gerade am Überlegen ist. Dann kann man sich nämlich jetzt schon auch für den Januar eben die aktuellen Preise noch sichern. Warte, da muss ich nur eine Kleinigkeit. Wenn man denn Quenten-Kunde ist, dann loggt man sich bitte in den Account ein und im Account ist ein Hinweis zum Upgrade. Das hat Gründe, warum das so ist. Also Bestandskunden bitte einloggen und da dann auf die Hinweise schauen, wenn man ein Upgrade machen will. Genau, bei Bestandskunden funktioniert es natürlich so nicht, sonst würde man ja einen neuen Account haben und dann hat man eben seine alten Daten alle nicht beziehungsweise Aufwand. Genau. Ich wollte noch ergänzen zu dem, was du sagst, also weil ich ja auch als Tipp eben die Nutzung der KI mit reingebracht habe als Trend. Man kann durchaus auch Videos auch für Anzeigen mit der KI erstellen, wovon ich jedoch abraten würde, ist, wenn man da Personen zeigt. Also ich habe das bei einem Kunden gesehen, da haben sie verschiedene Sequenzen aufgezeichnet, sodass die KI lernen konnte, wie die Person sich bewegt und konnte das auch grundsätzlich schon mal sehr gut nacharbeiten. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann kommen. Nur wenn man dann den Text, also die Sprache, die Stimme darüber gelegt hat, die die KI produziert hat, dann war das doch noch, naja, ich sage mal, wie ein Anrufbeantworter aus den 80ern. Das ist also durchaus noch verbesserungsfähig. Und dann eben auch funktioniert die Synchronisation nicht. Also die Lippensynchronisation, da hat man im Prinzip so eine Stimmbildschere quasi und dann wirkt es eben irgendwie komisch. Und wenn das komisch wirkt, dann wird es eben in der Form auch nicht funktionieren, weil das Gegenüber, was ja jetzt noch möglicherweise gar nicht den Menschen im Video kennt, auch erst mal Vertrauen aufbauen muss. Und wenn dann sowas komisch ist, dann neigen wir eher dazu, eben den Schritt zurück zu machen und so, ja, dann kommentiere ich lieber doch nicht. So unterbewusst beispielsweise. Aber was gut funktionieren kann, wenn man solche Sachen testet, sind beispielsweise Video Sales Letter, bei denen man nur die Stimme hat. Und die kann man natürlich mit Hilfe von KI sehr, sehr schnell erstellen, vertonen und eben ins Rennen schicken und kann die entsprechend testen. Das wäre noch mein Hinweis dazu. Dann würde ich mal mit meinem nächsten Trend weitermachen, von dem ich glaube, dass er mehr und mehr kommen wird. Vielleicht ist es bei euch auch schon angekommen und ich bin einfach der Langsamste von allen, nämlich Daten nicht nur zu haben, sondern sie eben auch zu lesen, zu verstehen, was mir der User damit sagen will und sie dann auch entsprechend zu nutzen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel oder sagen wir mal zwei. Bei mir bislang immer und ich bin ja als Copywriter hauptsächlich auch für andere Unternehmen tätig, also betrachte mein E-Mail-Marketing dann doch eher so stiefmütterlich. Da ist es so, wenn du dich bei mir einträgst in ein Freebie, da gibt es durchaus Mails, die funktionieren nicht mehr und die sind alle linear. Das heißt, alle kriegen immer die gleichen Mails. Es gibt nur eine Ausnahme. Wer schon ein Produkt von mir gekauft hat, der bekommt eine etwas andere Mail-Serie, als der, der eben noch nicht gekauft hat. Einfach weil für denjenigen, der noch nicht gekauft hat, ist es sinnvoll, dass ich eben nochmal den Link zeige, dass er bestellen kann, nochmal einen Call to Action mache. Das braucht der Kunde nicht. Das wäre an dieser Stelle stören. Das ist bei mir im Moment die einzige Variante. Aber für Kunden ist es durchaus eben anders. Da bauen wir Kampagnen so auf, dass wir genau gucken, hat der sich möglicherweise auch bei einem anderen Formular eingetragen, weil dann braucht er möglicherweise auch bestimmte E-Mails gar nicht mehr bekommen, sonst würde er sie doppelt haben. Das wollen wir natürlich ausschließen. Also ich gucke sehr genau, welche Signale sendet mir ein User. Zum Beispiel habe ich auch eine Möglichkeit eingebaut, dass ein User eben sich aus einer bestimmten Sequenz nur abmelden kann, weil ihn das Thema nicht interessiert. Also das, was Daniel jetzt vorhin ja angesprochen hat, dass man, wenn es um das, um ein PPC-Thema geht, beispielsweise auf einer Website und das interessiert jetzt meinen speziellen Leser nicht, dann könnte er sich auch, wenn er die E-Mail geöffnet hat, für eine ganze Serie an Mails, die dazu noch kommen werden, austragen oder für das Thema austragen, ohne, dass ich ihn komplett aus meinem Verteiler verliere. Das ist natürlich für mich wichtig. Nur weil ihn ein Thema nicht interessiert, möchte ich nicht, dass er komplett geht. Und diese Daten kann man meiner Meinung nach mit Wänden sehr, sehr geil auslesen, sind sehr, sehr leicht verfügbar und dann kann man sie eben für den Aufbau seiner Kampagne nutzen. Und ich glaube, das ist einfach für dieses, ja, nicht dieses stumpfe, allen alles zeigen, sondern eben den Menschen das zeigen, was sie wirklich interessiert. Das ist etwas, was mehr und mehr kommt, weil Aufmerksamkeit natürlich eine sehr krasse Währung ist. Und wenn ein Leser mir seine Aufmerksamkeit schenkt, dann will ich sie auf gar keinen Fall verspielen, dadurch, dass ich ihm irrelevante Inhalte sende. Denn dann geben natürlich nicht nur meine Quoten runter, meine Verkäufe etc., sondern dann verliere ich auch nach und nach eben Leser, die ich möglicherweise behalten hätte, wenn ich darauf geachtet hätte und die die Chance gar nicht mehr haben, für ein anderes Angebot, was für sie relevant ist, zu konvertieren, weil sie sich ausgetragen haben. Also das ist so mein Trend, den ich auch in 2024, vielleicht, wenn ich Zeit habe, auch für mich umsetze, aber auf jeden Fall, den alle meine Kunden übergeholfen bekommen, dass man sich anschaut, welche Daten sammeln wir, sammeln wir jetzt schon, auch natürlich DSGVO-konform, kann ich ja über Klicks, gerade im E-Mail-Marketing, wunderbar tracken und wie kann ich darauf aufbauend eben meine Kampagnen so stricken, dass möglichst viele Menschen das sehen, was sie wollen und gegebenenfalls auch schneller an eine Conversion herangeführt werden, als das auf dem normalen, klassischen Weg wäre, weil sie dann eben verschiedene andere Sachen einfach vorher gezeigt bekommen würden, die sie jetzt nicht interessieren oder die sie gar nicht brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Also mein Tipp und Trend auch für 2024 Daten lesen, verstehen und für sich und für sein Marketing nutzen. Daniel. Das geht ja sogar noch einen Schritt einfacher, indem man einfach genau auffragt nach den Sachen, die einen interessieren. Also mit Quenten kann man kinderleicht Mini-Umfragen machen. Ich habe euch mal einen Link gepostet, der ist vielleicht auch noch nicht so groß verteilt an alle. Also sprich, wer Neukunde ist, bekommt das unmittelbar. In der neuen Onboarding-Kampagne ist es drin. Wer Bestandskunde ist, Wiebke, kannst du vielleicht mal oder Christoph, kannst du da mal für die Renate den Ton ausschalten? Habe ich. Also sprich, wir haben uns einmal Gedanken gemacht und mit dem, mit Christoph als Main-Texter aktuell ein bisschen zugeschnitten für die Zielgruppe Coaches, Berater und Autoren, das werden nicht alle sein hier, aber vielleicht viele. Für die haben wir fertige Funnel für allen möglichen Bereich vorbereitet. Wenn du das hier jetzt siehst und du bist nicht Quenten-User, schau dir das Ding trotzdem mal an, schau mal rüber, vielleicht kannst du davon irgendwas nachbauen. Ansonsten, wenn du Quenten-User bist, kannst du diese Kampagnen, die wir dort aufgelistet haben, mit zwei Klicks in deinen Account importieren und hast eine super Grundlage. Du hast also für jeden Zweck einen fertigen Funnel, wo die Struktur schon steht. Wenn du Kunden hast, kannst du diese Strukturen nehmen, für deine Kunden anpassen, für deine eigenen Kampagnen nutzen. Also wir haben uns Gedanken gemacht, welche Ziele will ich eigentlich im Marketing erreichen und dann will ich natürlich neue Leads haben, dann will ich Leads qualifizieren, dann will ich direkt verkaufen, dann will ich vielleicht die Weiterempfehlungsquote fördern und so kam ich eben drauf, dann will ich vielleicht gewisse Daten abfragen, die ich hinterher für mein Marketing nutze und ich glaube, der letzte Funnel, der dort drin steht, Umfrage mit Affinitätstrigger, das ist die einfachste und sinnvollste Form, mit datengetriebenen Marketing zu beginnen, weil man fragt die Leute, interessiert dich Thema A, B oder C oder gehörst du in Schublade A, B oder C und basierend auf dieser Information startet man dann eine Marketing Aktion heraus. Also dieses Dokument ist hoffentlich auch nochmal für euch eine Hilfe. Übrigens im Handbuch auf help.wenden.com sind auch noch einige drin, da gibt es jetzt ein paar Überschneidungen, aber speichert euch dieses Dokument ab und das sollte euch sicherlich hier den einen oder anderen Schritt erleichtern, weil manchmal ist es ja schön, wenn man zumindest mal eine Struktur da hat, dass man sieht, was so technisch funktionieren würde und von da an kann man das dann ja für seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Genau, möchte auch noch gerne ergänzen, wie du schon gesagt hast, da sind Texte mit drin, die Texte sind so gehalten, dass sie im Prinzip mit wenigen Handgriffen für jeden anpassbar sind. Also ich sage mal ganz profan, man könnte rein theoretisch da einfach seinen Namen und Absender reinsetzen und seinen eigenen Link, und dann kann man die wunderbar verwenden, die Kampagnen, so wie sie sind. Also das für Quenten-User, die sind schon so weit vorbereitet, dass ihr sofort starten könnt, ich schätze mal innerhalb von einer Stunde ist man mit Textanpassung etc. einsatzbereit, für die, die keine Quenten-Kunden sind, die wird wahrscheinlich dann aber die Struktur wenigstens mal helfen, dass man sich das anschaut, was kann man wie lösen und dann eben mit seinem eigenen Programm entsprechend umsetzen. so, wo finde ich die Funnels genau, wir gehen am Ende nochmal durch die Fragen durch, ich ziehe jetzt auch nochmal schnell, ich habe eine, ich verpacke jetzt den ersten und zweiten Tipp schnell zusammen, also ich habe noch zwei, das erste beruht auf unseren neuen Formularbilder, also mehr als Tipp verpackt, wenn ihr Traffic auf eigene Formulare sendet, dann ist das eine Sache, die man oftmals besser und einfach machen kann und zwar oder wo man den Eintragungsgrad erhöhen kann und das ist mit vorausgefüllten Formularen. Also wenn ihr, bei uns gibt es die goldene Regel, es klappt nicht in 100% der Fälle, aber die goldene Regel ist, wenn wir Links auf eigene Formulare schicken, dann sind die vorausgefüllt. Einmal ins Handbuch schauen, letztlich bedeutet es, dass man dem Link ein paar Platzhalter dranhängt. Es könnte sein, dass das mit dem neuen Formular übrigens schon automatisiert wird, dass man diesen Schritt nicht mehr machen muss, aber ihr könnt das im Handbuch finden, vielleicht kann jemand mal den Link posten oder so oder wir suchen das nochmal raus, aber im Handbuch einfach Linkplatzhalter oder Platzhalter in Links nutzen und dann wird man schon was finden. Man kann also dem Link Informationen anhängen, die dann vom Formular gelesen werden, sodass in dem Formular dann schon Vorname, Nachname, eben die Daten, die man hat, schon drinstehen und dann eben sehr schnell ausgefüllt werden können. Machen wir immer so, empfehle ich hier auch jedem. Ich will noch etwas hinzufügen und zwar eine Sache, die ich als, wo ich glaube, wo mehr Beachtung hin muss, ist eine, wie nennt man das, mehr Liedwertschätzung und Liedwert Verständnis. Also, egal wo man ist, am Anfang muss man, kommt man in den Punkt hin, wo man mit der Realität konfrontiert wird und man anfängt, Werbemaßnahmen zu machen und dort wird sich etwas ergeben, irgendeinen Liedpreis, den man im Mittel erreicht. Und dann liegt es, dann ist das unter Umständen der Preis für eine Webinaranmeldung. Also, im Bereich E-Mail-Marketing eine Webinaranmeldung nachhaltig unter 20 Euro zu bekommen, ist eine verdammte Herausforderung. Das ist eher, wie ich sagte, der Preis 20 bis 30 Euro. In eurem Bereich kann der Wert für euren Opt-in-Prozess natürlich anders aussehen. Ein E-Book-Lied ist in der Regel günstiger als ein Webinar-Lied. Also, wenn man mehr Leads haben will, ist vermutlich ein E-Book besser und dort liegt man aber auch so um die 10 Euro. Also, die Frage ist immer, ist eine Werbeanzeige zu teuer, ist immer nur das, wenn man es hinten nicht wieder reinholt. Aber, wenn ich ein Verständnis dafür entwickle, welcher Lead mich an welcher Stelle was kostet und was ich vielleicht zusätzlich in den investieren kann, dann kann das mein Business verändern. Ich gebe ein Beispiel. Ihr verkauft etwas übers Telefon. Solch ein Telefon-Lied wird euch in der Regel mehr kosten als ein normaler Webinar-Lied. Um hier mal so eine Range zu haben, je nachdem in welchem Bereich ihr seid, kriegt ihr vielleicht ein Lead mit Telefonnummer für meiner Erfahrung nach. Ihr könnt bessere und andere Erfahrungen machen, ergänzt mich da bitte, aber meiner Erfahrung nach klappt das ganz selten unter 25 Euro. Man bewegt sich eher in dem Bereich in ganz vielen Branchen zwischen 40 und 80 Euro bis hin zu noch viel mehr. Und ich rede hier teilweise von Lead-Kosten für einen qualifizierten Telefon-Lied von bis bis zu 800 Euro. Also es gibt diese Funnel, die so funktionieren, wo die halt wissen, hey, ich verkaufe ein 25.000 Euro-Produkt und ich habe noch eine viel größere Wertschöpfung als dieses erste Angebot, was ich sogar mache. Also alles Namen, die ihr kennt, also ich rede hier wirklich von Lead-Preisen für ein Telefon-Lied zwischen 400 bis 800 Euro, wo ein funktionierendes Geschäftsmodell hinten dran steht. Das ist jetzt ein Extremfall. aber nehmen wir nur mal an, ihr arbeitet in einem Bereich, wo euch ein beispielsweise Lead mit Adresse und Telefonnummer 100 Euro kostet oder 200 Euro. Das ist nicht so ungewöhnlich. Wenn man ein Produkt da hinten dran hat, was das Geld wieder reinholen kann, dann ist das ja auch gerechtfertigt. Aber die Frage ist, welche Aufmerksamkeit schenke ich jetzt einem 200-Euro-Lied? Wenn ich so viel für Online-Zeug ausgegeben habe, um diesen Lead hereinzubekommen, vielleicht kann ich mir zusätzliche Dinge leisten, um den Verkauf zu begünstigen. Vielleicht kann ich wirklich etwas wie Coaching mit ranpacken oder Mehrwert, sodass dieser Lead qualifiziert wird. Vielleicht kann ich zusätzlich nicht nur einen Brief an diesen Kontakt schicken, sondern ein fettes Paket mit geilen Sachen die Eindruck machen. Vielleicht kann ich statt einem Brief, dann bin ich schon mal besser, wenn ich auch so ein Online-Lied nutze für ein anderes Element, nämlich für ein Gespräch logischerweise im besten Fall oder eventuell, wenn es zum Business passt oder eben für sowas wie Post. Also sprich, oftmals fehlt das Verständnis mit, wie gehe ich jetzt mit so einem Lead um, wo ich mir am Anfang so große Mühe gemacht habe, dem zu bekommen. Dann kann ich auch hinterher noch mal 10-20 Euro reinstecken, um diesen Lead besser zu machen und noch mehr Leute zu bekommen. Das meine ich mit, dass man so eine Relation hat, wie schätzt man den Lead wert. Und das hilft einem auch beim Business. Denn es nützt immer nichts, so eine persönliche Auffassung zu haben, wie Werbung ist zu teuer. Das kann nicht die Antwort sein, wie Werbung ist zu teuer. Werbung ist in den meisten Fällen zu teuer, wenn wir nicht im Vergleich zu den Wettbewerbern es schaffen, mit einem Lead einen verhältnismäßigen Gewinn zu erzielen. Der Lead hat den Preis, weil andere Leute auf dem Markt bereit sind, diesen Preis pro Lead zu bezahlen. Und weil hier Dan Kennedy, großer US-Marketer, so eine Legende, um den mal zu zitieren, wer in der Lage ist, am meisten pro Lead zu bezahlen, gewinnt. Also sprich, überlegt mal, hey, seht manchmal der Realität ins Auge, wenn ein Lead 20 Euro kostet, dann kostet der halt 20 Euro und muss das Geld halt ausgeben. Dann kann man sich eher überlegen, wie hole ich noch mehr raus. Übrigens einer mit der einfachsten Wege aus seinen Leads mehr rauszuholen ist, mehr Angebote zu machen. Und nirgendwo geht das ja einfacher als bei als mit E-Mail Marketing letztlich, wo wir gewisse Sachen auch automatisieren können. Super, also mehr Lead-Wertschätzung, mehr Lead-Verständnis, überlegt euch, was ihr dann noch machen könnt, was zusätzliche Channels angeht, wenn ihr die Adresse habt oder ihr könnt auch nochmal nachfragen, hey, willst du ein Paket haben oder überlegt euch, wenn ihr schon so viel Geld für ein Lead bezahlt habt, ob ihr nicht vielleicht sogar jemanden ransetzt, der keinen anderen Auftrag hat, als 20 Minuten mal eben mit so einer Person zu telefonieren und zu schauen, wo ist die Lage, wofür interessieren die sich überhaupt, ohne gleich zu verkaufen. Glaubt ihr, wie das ankommt, so ein Kontakt einfach mal so, hey, sorry, wir sind hier dabei, unsere Kunden und so weiter besser kennenzulernen, vielleicht kannst du noch ein paar Fragen beantworten, das würde ich hier ja noch ein bisschen besser verstehen, damit wir dich eben mit relevanten Informationen versorgen können, überleg mal, was sowas macht, ja, wir haben bei uns ja bei Quenten, ich hoffe, ein paar Leute haben das auch wahrgenommen, hier wird nach den Mitarbeitern gefragt, beispielsweise bei Gabriel, der ist ja so gepolt, dass wir, wir wollen ja keine falsche Beratung machen, wir wollen eher einen beratenden Sale haben, da wird jetzt nicht super, okay, auf der Webseite benutzen wir mal Timer und auch die Timeline läuft jetzt mit der Preiserhöhung bis Ende des Jahres, aber ich meine, wir machen hier keinen harten Telefonverkauf mit den Leuten, sondern führen da eher nette, coole, vorbereitende Gespräche mit einem langfristigen Ziel, nämlich auch, das Geld liegt bei den Leuten, die wir jetzt nicht heute kriegen, sondern die wir dann in der Zukunft zu Kunden machen und da bemühen wir uns dann wirklich ein gutes Image dort zu hinterlassen. So, das war, ja, das war mein letzter Tipp-Trend, da wo man mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit hinschicken soll, jetzt können wir gleich nochmal zu den Fragen gehen, ich kann es auch nochmal sagen, wie gesagt, Reiserhöhung, habt ihr im Blick, und ansonsten will ich jetzt auch nicht härter pitchen und wir können gerne jetzt zu den Fragen über. Wir haben einige Fragen, genau, eine Frage von Kai Pflüger, ob es möglich ist, hast du die zusammen, du hast die Fragen im Blick, ich gucke jetzt nicht. Ich habe die Fragen im Blick, ich habe ja hier den Chat. Eine Frage, ob es möglich ist, bei den E-Mails oder bei den E-Mail-Vorlagen den HTML-Code zu kopieren, dann würde er nämlich in Quenten eine Mail erstellen und den Code in Bilbi nutzen. Bilbi ist, glaube ich, eine Auftragsverarbeitung, also eine Software quasi für Online-Händler. Der Kai könnte vielleicht selber mal was dazu sagen. Ich will es, also mich würde wundern, wenn es sauber geht, also in so einer E-Mail werden ja gewisse Sachen dargestellt und vielleicht sind da Grafiken, CSS-Geschichten drin, die dann immer weiter auf Quenten verweisen, obwohl es bei dir dann irgendwie läuft. Also ich würde den Weg nicht gehen. Ich glaube, du findest ziemlich sicher auf Fiverr jemanden, der dir vermutlich für 100 Dollar das Template erstellt und dann kannst du besser ein Template erstellen und das von dieser Person nachbauen lassen. Mein erstes Gefühl. Vermutlich gibt es aber mittlerweile AI Umwandlungstools, mit denen du so etwas vielleicht machen kannst. Aber ich würde darauf achten, dass die Verweise, die dort sind, nicht nachhaltig irgendwie zu uns verweisen. Nachher ändern wir was und dann funktioniert deine E-Mail nicht mehr. Genau. Das kann passieren. Marion fragt, ob man mit Quenten, kann man Quenten mit einer auf Canva erstellten Landingpage verknüpfen. Das, denke ich, sollte möglich sein. Denn letzten Endes, wenn ich das richtig verstehe, Marion, möchtest du auf Canva eine Landingpage erstellen und dann sollen die Kontakte, die auf diese Seite gehen, in Quenten später landen. Genau, so ist es. Dann müsstest du ja nur den Code des Double-Opt-In-Formulars dort einbinden auf deiner Canva-Seite und dann funktioniert das einwandfrei. Ah ja, super. Danke. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Dann haben wir hier noch ein Dankeschön für die 14 Kampagnen. Also die 14 Kampagnen, muss ich sagen, die sind wirklich mega cool. Nicht mal, weil ich die selber geschrieben habe, ich weiß sie meines Ansichts, aber weil es auch wirklich Kampagnen sind, die man so braucht, um ordentlich starten zu können. Die Gabriele fragt, ich hatte meinen Account gekündigt, wenn ich bei Quenten bleiben will, nehme ich die Kündigung zurück oder komme ich dann automatisch in die Leitvariante, bin ich dann Bestandskundin oder buche ich neu? Das kann man jetzt aus dem Blauen raus gar nicht so konkret beantworten. Also, ich empfehle dir, schicke eine E-Mail an den Support, wenn du bleiben willst und sagst, hey, ich war mal Kunde, wenn das möglich ist, aktiviert gerne mal wieder den Account. Genau. Aber wenn du kündigst, gehst du nicht in die Leitvariante, dann wirst du gekündigt. Ja. Sie fragt ja, wenn sie die Kündigung zurücknimmt, ob sie dann automatisch in die Leitvariante kommt. Also man müsste das mit dem Support dann eben entsprechend kommunizieren. Ich möchte nicht kündigen, ich möchte stattdessen ein Downgrade in die Leitvariante haben. In der Regel, nur mal, betrifft zumindest die Leute, die in den letzten anderthalb Jahren bestellt haben mittlerweile oder eine Neubestellung durchgeführt haben. Jeder kann ganz einfach in seinem bestehenden Account ab- und downgraden. Also, Board wird auch wirklich tagesgenau abgerechnet. Also, wenn ich von monatlicher Zahlung wechsle auf Jahreszahlung, da wird wirklich tagesgenau abgerechnet, dass da kein Geld verschenkt wird und dann die Differenzzahlung erst mal gezahlt und dann rutscht man in das andere Abo. Unter Umständen hat man erst mal ein Guthaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jahreszahlung habe von Leit gerade bestellt und ich mache jetzt ein Upgrade auf Pro, auf Basic monatlich, dann habe ich halt, keine Ahnung, vier, sechs Monate, muss ich erst mal gar nichts bezahlen. Also jeder bestehende Kunde, wenn du vorher bestellt hast, da haben wir einmal einen Zahlungsanbieter gewechselt, dann geht das nicht ganz so einfach. Muss man auch mal auf Stripe mittlerweile bei uns wechseln, aber das sollte alles erklärt sein. Im Zweifel immer an den Support. Genau. Ich wollte noch wissen, wie viele Mitarbeiter wir haben. Wir sind acht Mitarbeiter plus ein paar Freelancer. Also das Quentin-Team zwei, ja mindestens zwei, da sind noch mehr. Ich wollte nur mich auch als Freelancer. Achso, du hast zwei gezeigt, okay, alles klar, ja. Also wir sind, ich glaube, ein starkes Quentin-Team von 13 Leuten und noch einer externen Agentur, die uns hier auch zuarbeitet. Dann hat die Christine einen Lob für unseren Gabriel, sie fand das Zoom mit Gabriel absolut super, es ging echt um Beratung, nicht darum, mir alle zwei Minuten Quentin zu verkaufen und dann hat sie natürlich gebucht, weil es einfach mega war. Da freuen wir uns natürlich und geben das auch gerne an den Gabriel. weiter. Das gebe ich mal so weiter, dann würde er sich freuen. Ja, super. Genau, das ist eben auch das Ziel. Also der Gabriel ist nicht hochgradig durch Provisionen inzentiviert, hart zu verkaufen, sondern bekommt einfach sein auskömmliches Geld, das er hier als guter Berater für unsere Kunden da ist und freut mich, dass das so rüberkam. Der Uwe kam später, das ist sehr schade, aber er fragt einfach nur, ob, wann der Formular-Editor kommt, wann... Ich verweigere die Aussage, ich verweigere die Aussage, also... Wenn es fertig ist, ist es fertig. Also im Moment haben wir einfach einen höheren Krankenstand, es geht nicht so schnell vorwärts, wie wir das gerne hätten, aber wenn er fertig ist, dann kommt er und er soll ja auch sauber funktionieren und jetzt nicht an irgendeiner Deadline fertig sein und dann Bugs haben, von daher. Aber wirklich, es dauert wirklich nicht mehr lang. Es ist immer so, aber in der Softwareentwicklung erst mal, wenn wir ein Update durchführen, dann machen wir das logischerweise nachts, also da sind, das muss durch viele Server und so weiter auf jeden Fall gehen und das wollen wir dann noch nicht so oft machen und wenn es dann da ist, freut euch, also der neue Formbilder wird auf jeden Fall super und wenn es nach meiner Zeitplanung gegangen wäre oder wirklich mit der, wo wir auskömmlich eigentlich schon gedacht hatten, dann wäre es schon Anfang des Monats gewesen. Es ist leider im Bereich Softwareentwicklung so, versucht man sowas wie Quenten zu bauen, das hat mal eben zwei Jahre länger gedauert, als es initial geplant war, also Software ist leider schwierig. Wir sitzen mit Hochdruck dran, dass es funktioniert und die Priorität haben natürlich die aktuell laufenden Prozesse und Impfworte und solche Sachen und da sind wir im Moment gerade wirklich ein bisschen ausgenockt, aber es kann ja nur besser werden. Als ich Daniel kennengelernt hatte, das war noch vor Quenten, hat er noch dunkle Haare. Ja, dass es die Weisheit kommt. Ich poste noch mal für alle den Link zu den 14 Kampagnen rein, weil wir da eben noch die Frage hatten, was genau sind die 14 Kampagnen, wo finde ich die Kampagnen, da findet ihr jetzt ein Dokument, da müsst ihr auch keinen Bearbeitungszugriff oder sowas anfordern, der funktioniert so, wie er ist und dort findet ihr auf der einen Seite eben die ganzen Kampagnen selber zum Anschauen, wie sie aufgebaut sind und zum anderen, wenn ihr Quenten-Kunde seid, könnt ihr sie mit einem Klick bei Link zum Import jeweils in euren Account direkt importieren. Also die kann man komplett nutzen, die sind nicht nur aufgebaut, sondern da sind auch komplett Texte und alles drin, die funktionieren, sind getestet und sofort einsatzbereit. Marion schreibt, ich erkenne, dass ich mich bisher zu wenig mit Quenten beschäftigt und meine gesammelten Leads sträflich vernachlässigt habe, das wird sich 2024 ändern. Ich will da auch noch mal, eine Dauerfrage, die immer wieder aufkommt, ist ja genau die, wie oft soll ich etwas versenden. Und ich sage euch, ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr weniger als alle 14 Tage versendet. Also wenn ihr die Leads da vor sich hin, vor euch hin reifen lasst, dann tut ihr damit nichts Gutes. Denn in der Zwischenzeit, in der Datenbank, passieren Sachen. Dort laufen Postfächer voll, dort werden Domains abgemeldet und das führt halt dazu, wenn ihr so eine Wartezeit habt, deswegen haben wir auch immer solche Probleme beim Import von zu alten, von alten Datensätzen. Da lehnen wir die auch teilweise ab. Da ist dann so ein Zeitfenster dazwischen, da machst du eine Aussendung und dann knallt es einfach bei zu vielen Leuten. Und wenn du dann nur alle zwei Monate versendest, und da sind dann immer, ist immer ein Prozentsatz dabei, wo die E-Mails dann nicht mehr ankommen, weil die nicht mehr da sind. die Leute erinnern sich ja teilweise auch nicht mehr an euch. Was weiß denn ich, was ich vor drei Wochen, wo ich mich eingetragen habe oder was weiß ich was. Also, bleibt da dran, versucht da ein bisschen diszipliniert zu sein und im Zweifel verschickt einen wertvollen Tipp ohne ein Angebot. Nur damit baut man sich ja den Goodwill-Bank-Account auf, also ja, das positive Image, was ihr vielleicht hier hinterlassen wollt, weil ihr einfach Leute unterstützt. Ich will da auch nochmal eine Geschichte von einem Kunden erzählen. Da war nämlich genau die gleiche Problematik, eine relativ große Liste schon gesammelt von über 30.000 Lesern, aber nur einmal im Monat maximal alle 14 Tage einen Newsletter versendet. Und dann haben wir das Ganze mal vorsichtig angefangen, dort auch öfter was zu versenden mit dem Effekt, dass sich gar nicht so viele abgemeldet haben wie befürchtet. Natürlich geht Abmeldung ganz schneller, wenn ich mehr E-Mails versende, das ist ganz logisch, weil ich mehr Chancen setze, um sich abzumelden. Aber was wir gemerkt haben ist, dass eben bei einem öfteren Versand und die sind, also ich hatte damals empfohlen, doch wenigstens einmal in der Woche was zu versenden, mittlerweile versenden die täglich. Und die versenden aus gutem Grund täglich, nämlich weil sich es einfach rechnet und weil die Leute, genau, weil es einfach Geld bringt. Wenn man öfter was versendet, dann haben die Kunden öfter die Möglichkeit zu konvertieren. Ist nicht für jeden interessant, aber der Kunde weiß zum Beispiel, dienstags gibt es immer ein Dienstagsangebot, da wird auch am Dienstag zweimal gemeldet, nämlich einmal morgens, um das Angebot anzukündigen und ein Closer, hey, es ist jetzt gleich fertig. Und es gibt regelmäßig Webinare, die auch mehrfach angekündigt werden und auch da gibt es dann im Nachgang immer noch die Möglichkeit, eben ein spezielles Angebot zu nutzen. und natürlich gibt es auch Educational Content einfach mit Wissensvermittlung ohne einem Angebot. Also da kann man im Prinzip meiner Meinung nach gar nicht zu wenige E-Mails senden und eine Frequenz meiner Meinung nach gerade am Anfang sollte auf jeden Fall bei einmal am Tag liegen. Das ist meine ganz persönliche Meinung und zwar deswegen, weil der Leser an dem Moment ja ein sehr hohes Interesse hat und wenn ich den warten lasse, dann kann er sich entweder woanders informieren oder vielleicht ist er auch nicht mehr so wichtig und so sinkt das immer weiter und wenn ich ihn aber rannehme und erziehe, dass er auch meine Mails liest, dass er klickt, dass er interessanten Content findet, auch mal ein Angebot findet, dann habe ich einfach eine wesentlich stärkere Bindung aufgebaut und der geht dann wesentlich weniger schnell und er macht natürlich sein Portemonnaie viel einfacher auf und somit verdiene ich natürlich auch ganz zwangsläufig mehr. Also einfach nur dem Kunden das geben, was er ohnehin gerne hätte. Ich schaue mal weiter. So den Link habe ich gepostet. Marion hat noch ein Lob an uns. Bin mit Quentin bisher zufrieden. Weitere Frage. Kann ich anwenderfreundlich E-Mails in die Kampagnen einbauen oder benötige ich einen HTML-Code dafür? Also wir haben einen sehr modernen E-Mail-Editor. Ich verstehe die Frage nicht. Also wenn deine Frage ist, ob du wie mit Word arbeiten kannst? Kann ich mal, ich habe die Kampagne machen lassen von jemandem, weil ich mich damit nicht auch noch beschäftigen kann. Und jetzt wollte ich was verändern und habe jemanden anderen beauftragt und der sagt, er weiß nicht, wie das geht. Aber es müsste gehen, dass ich eine E-Mail über Google Docs oder so einbinde in die Kampagne. Eine E-Mail über Google Docs einbauen. Ja, also das ist das, was ich gesagt habe. Also ich mache mal Folgendes. Guck mal, ich zeige dir mal. Ich übertrage mal in meinen Bildschirm. Müsste der hier sein. Jetzt solltet ihr hier das sehen. So, das ist eine Kampagne, einfach in einem Demo-Account. Wenn wir uns das anschauen, dann siehst du hier im Prinzip, du könntest jetzt beispielsweise, wenn du ein Double-Opt-In-Formular hast oder wir können ja auch mal mit einem Double-Opt-In-Formular anfangen. Und ein Formular gesendet. So, und dann kommt hier eine Sequenz hinten dran, ja? Wie verbindest du ein? Double-Opt-In-E-Mail dazwischen. Ah, genau, hast du recht. Ah, ja, siehst du ja. Sonst wird es schwierig. Ja, es wird schwierig. Also nehmen wir die mal. Kriege ich die jetzt wieder weg? Nee, kriege ich jetzt nicht weg. Dann lösche ich mal meine Sequenz nochmal. So, dann kommt, genau, die E-Mail-Bestätigung. Also die verbinden wir. Da brauchen wir auch nicht viel anpassen, weil die sind relativ gut schon. Da müsste man vielleicht nur mal reinschauen, ob einem das so gefällt. Dann kommt die Sequenz hinten dran. Und wenn du auf die Sequenz klickst, Doppelklick, dann hast du hier ein Start-Symbol. Ja. Und dann kannst du einfach eine neue E-Mail nehmen und ziehst hier rein und setzt hier hinten dran wieder einen Timer für die nächste. Der ist standardmäßig auf den Tag eingesetzt und dann brauchst du hier einfach mal jetzt, sag mal, eine Sequenz. Da werden jetzt zwei E-Mails versendet. Okay. Und der Inhalt dieser E-Mails. Moment. Und um die E-Mail jetzt zu gestalten, klickst du rein, kannst du hier auch ein Vollbild anzeigen. Seht ihr das? Ja, seht ihr, ne? So. Und das ist jetzt meine Vorlage. Du kannst jetzt eine andere Vorlage beispielsweise von Quenten nachladen, wenn du hier eine gestaltete Mail haben willst. Ich persönlich bin ein Freund von einer ganz einfachen Mail. Da kommt hier beispielsweise eine Headline rein. Krasser Vorteil für dich. Und dann hast du hier unten drunter den Text. Okay. Wenn ich aber eine E-Mail schon gestaltet habe? Dann kopierst du die einfach rein. Okay. Über, wie geht es? Na, Steuerung, also du gehst irgendwo hin, kopierst dir was und drückst da eine Steuerung V. Ach so. So einfach. Ja, Quenten halt. Ja, super, dass ich das mal mitkriege, weil die Leute, die ich beschäftige, ich muss die erst einlernen und ich muss alles selber machen. Aber super, danke, ja. Das ist so einfach und wenn du fertig bist, drückst du einfach auf Speichern. Halt, geht nicht, weil ich keinen Betreff habe. Darf ich fragen, wie viele Empfänger du hast? Um wie viele Lieds sprechen wir, Marion? Also ich habe im März gestartet mit so einer Kampagne und da waren das dann, jetzt bin ich bei 630 Lieds. Okay, okay. Und, aber ich habe das nur einmal gemacht und bisher nichts mehr gemacht und jetzt merke ich, so geht es nicht weiter. Ich, ich muss was machen. Es gibt so ein paar Sachen, natürlich, wenn man ein Team hat und wenn die Sachen in einem gewissen Verhältnis stehen, ich mache ja, ich mache bei Quenten ja logischerweise auch nicht mehr alles selber und sollte auch nicht so sein. Aber wenn man andere, wenn man Aufgaben abgeben, abgibt und die sind eigentlich in dem Rahmen, dass man das grundsätzlich versteht, kann es echt sehr gute Zeit investiert sein, wenn man sich mal eine Stunde ransetzt und mal grundsätzlich versucht, das zu verstehen. Für dich und generell für jemanden, für die Teilnehmer, die hier sind, wenn ihr mal eine Demo haben wollt, erst mal unser Handbuch gibt eine Menge her, dort findet man Einführungsvideos und nach diesen drei Einführungsvideos sollte man schon sehr schlau sein. Wer sagt das, ich möchte gerne mal eine Demo haben, jetzt zwischen den Feiertagen wird da nichts mehr passieren, aber gerne einfach mal eine Mail an den Support und dann geben wir dir vielleicht auch mal eine Demo. Weil manchmal sind die Sachen einfacher selber umgesetzt, als irgendwelchen Leuten zu erklärt. Ja, sehe ich auch. Insbesondere, wenn es darum geht, einfach eine einfache E-Mail zu schicken, wo ein Bild drin ist. Natürlich kann ich sowas delegieren und alles Mögliche, aber es macht Sinn, wenn man in der Lage ist, ich sage mal, die Grundzüge des Online-Marketings selber umzusetzen. Da gehören ein paar kleine Punkte dazu. Ich sollte in der Lage sein, meine E-Mail-Marketing-Software zu nutzen, auch wenn es jetzt nicht Quentin ist, aber die brauche ich auf jeden Fall. Ich muss in der Lage sein, irgendwie Webseiten zu bauen, insbesondere Landing-Pages, die auch funktionieren. Also ich muss irgendwie mein Wort nach draußen in die Welt bringen und ich muss für mich ein Kommunikationsmedium finden, mit dem ich klarkomme. Bei mir ist das im einfachsten Fall, das ist Video und Text, macht mir eben auch Spaß. Aber da sind wir unterschiedlich gepolt. Es gibt Leute, die können ganz toll reden und erzählen und wenn die sich einmal ransetzen sollen, um das mal in drei Zeilen zu verpacken, dann kommen die Schweißperlen auf der Stirn. Also da muss man eben schauen, was ist eigentlich der Weg, mit dem ich in der Lage bin, am besten zu kommunizieren. Und wenn man auf diese drei Pfeile achtet, dann ist man schon ziemlich unabhängig, weil, ja, du siehst ja so, wenn der eine was macht und dann muss der andere komplett von Null anfangen. Grundsätzlich, wenn du Leute an Quenten anlernen willst, schick die auf unser Handbuch. Die sollen sich dort die ersten zwei, drei Einführungsvideos anschauen. Das ist alles zusammen in ungefähr einer Stunde oder so erledigt. Und dann keine Angst haben, auch mal was falsch zu machen. So ist das halt. Also in der Regel kann man Quenten nicht kaputt machen. Ich sage in der Regel, ein paar Leute haben es schon geschafft, hier und da. Aber man kann, ja, also einem ist sehr geholfen, wenn man gewisse Sachen zumindest selber könnte. Dann kann man sie auch viel besser delegieren, wenn es dann soweit ist. Und auch beurteilen, lohnt es sich zu delegieren? Bei einer einzelnen, 600 Leuten, kann das so sein, muss aber nicht. Wenn du ein Newsletter betreibst mit 30.000 Leuten, wo du sagst, ey, der muss bespielt werden. Hier ist das Geld drin, dann bist du noch mal in einer anderen Situation vielleicht als gerade jetzt. Aber 600 Leads ist doch schon mal super. Also das ist voll. Das ist mega. Also muss man mal wirklich sagen. Und es wäre tatsächlich sehr schade, wenn diese Menschen, die sich für dein Angebot interessieren, nichts bekommen, weil du eben nicht mit Quenten umgehen kannst. Aber es ist wirklich sehr einfach. Und beim Handbuch, wenn ich das noch sagen darf, mal ein Lob an Wiebke, die jetzt beim Arzt ist. Sie hat das sehr schön umgesetzt. Das ist nicht nur ein Handbuch zum Lesen, sondern da sind fast überall auch Videos mit dabei und wird genau erklärt, wie was funktioniert. Das ist wirklich sehr einfach auch nachzuvollziehen und nachzumachen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. So, dann haben wir von Sabrina ein schönes Lob bekommen. An dieser Stelle mal vielen Dank für eure Infos, die Funnels und eure sympathische und authentische Art und Weise. Dankeschön. Da freuen wir uns. Hype fragt noch mal, macht es Sinn, abgemeldete Leads zu löschen oder kann ich sie im System lassen und habe Angst, dass sie weiterhin E-Mails bekommen? Ich kann dazu was sagen. Also erst mal, ich verstehe das Gefühl, dass man so ungern Daten löscht. Ich kann es absolut nachempfinden. Aber jetzt mal vom gesunden Menschenverstand, wenn das ein einfacher E-Mail-Lead ist, der abgemeldet ist, der wird jetzt nicht wertvoller. Es gibt Leute, die gehen dann kreative Wege und versuchen da dann doch irgendetwas zu machen. Aber letztlich ist die Message, der hat sich abgemeldet. Ist das ein super hochpreisiger Telefon-Lead? Und ich weiß jetzt nicht datenschutzrechtlich, ob in Ordnung oder nicht in Ordnung oder ob die eine Einverständnis, die andere auch entzieht oder so, würde ich überlegen, die vielleicht noch mal anzurufen. Aber in der Regel können die dann eigentlich weg, damit wir es nicht mehr viel machen können. Und wenn du mal richtig in die Datenschutz-Grundverordnung schaust, dann geht es eben genau um solche Sachen. unnütze Daten dann auch irgendwann zu löschen. Also, ja. Noch eine Frage danach? Wiederhole ich mal. Ja, wir haben noch weitere Fragen. Also, auch noch zu Kai. Du kannst die natürlich löschen. Insbesondere dann, wenn es an Account-Grenzen rangeht, macht das auch durchaus Sinn, dass man da nicht in die nächste Stufe rutscht. Ich habe jetzt auch mal 1.000 bei mir einfach gelöscht. Kann man mal machen. Muss man nicht jeden Tag machen, aber hin und wieder kann man sich mal hinsetzen und die Angesammelten löschen. Ines fragt, wie viel Zeitaufwand muss ich etwa rechnen, um eine einfache Mail-Sequenz mit Double-Opt-In und drei Mails neu anzulegen. Ich habe es eben gezeigt, mehr oder weniger. Ich glaube, der Zeitaufwand ist nicht größer als 15 Minuten, selbst wenn man jetzt nicht mega fix ist und am Rechner sich super doll auskennt. In 15 Minuten. Du könntest entweder eine Kampagne aus den 14 fertigen Funnels importieren und die einfach mit Leben befüllen oder den Text verändern oder aber, wenn du wirklich from the scratch sozusagen von ganz neu beginnen willst, dann durchaus vielleicht eine Viertelstunde. Das Anlegen ist ja nicht schwer, aber das befüllen die Texte, die Bilder und, und, und. Ja, aber das geht ja super schnell. Echt? Also es geht wirklich super schnell. Also vielleicht sollte man da auch mal einen Part... Entschuldigung. Ja? Vielleicht sollte man da auch mal eben einmal trennen, was ist der kreative Teil und wo ist es einmal Text und Bilder und was ist der Teil, um das jetzt technisch in die Kampagne einzusetzen. Das sind ja unter Umständen zwei Dinge. Ich schreibe eine E-Mail in der Regel, ich schätze fünf bis zehn Minuten max, wenn ich sie auch schreibe. Für einige E-Mails lasse ich mir mal ein bisschen mehr Zeit. Aber in der Regel glaube ich, wenn man weiß, was man schreibt, hat man in fünf bis zehn Minuten eine E-Mail geschrieben, wenn man die dann noch mit Bildern befüllt und wirklich auskömmlich testet, vermutlich noch mal zehn Minuten dran. Also sprich, man sollte sich ja auch eine Test-Mail senden, schauen, dass die Links funktionieren und so weiter. Und dann wird man immer schneller. Also ich wette, wenn es so richtig drauf ankommt, hätte ich eine ganze Kampagne mit drei bis fünf E-Mails in fünfzehn Minuten fertig. Wenn ich weiß, was ich tue. Ja, ja, okay. Also ich muss mich einarbeiten und ich brauche eine Weile für euch. Die letzten habe ich im Juni verschickt und ich habe, sagen wir mal, 2000 qualifizierte Leads, wobei die Qualifikation für die Leads nicht ganz so... Wenn du mich siehst, wirst du wissen, was ich mache. Okay, aber wie gesagt, Leads nicht rumliegen lassen, anschreiben und zur Not auch ohne ein Angebot anschreiben. Ja, hilf. Ich würde eine Umfrage starten. Willst du das, willst du das? Mir fehlt aber, wie kann ich das machen? Wo kann ich die qualifizieren, also sprich hinleiten? Also erst mal, das Thema Umfragen ist ein riesiges Thema. Die Frage ist, wie viele Fragen willst du stellen und wie willst du die Informationen danach verarbeiten? Drei Fragen. Wenn es nur drei Fragen sind, würde ich dazu tendieren, das einfach innerhalb von Quenten zu machen. Du kannst also innerhalb von Quenten Kontaktfelder anlegen und diese Kontaktfelder, dort gibt es auch sowas wie Radio Buttons, Multiple Choice Geschichten, also sprich, wo du eben genau fragen kannst, interessiert dich Thema A, B oder C, wähle aus. Wenn es nur drei Fragen sind, das ist so ungefähr die Obergrenze, würde ich es wahrscheinlich innerhalb von Quenten machen. Du hast da keine schöne grafische Auswertung, du siehst aber, was ist mit welchen Usern, was wurde da ausgewählt und welcher User hat was ausgewählt. Wenn es darüber hinaus geht, ein kostenloses Tool, um gewisse Fragen zu beantworten, wenn du wirklich nur mal reinhören willst, was die Leute interessieren oder so, kannst du Google nehmen. Der größte Anbieter ist, glaube ich, SurveyMonkey, mit denen kannst du, glaube ich, allen möglichen Quatsch machen. Aber wenn es um ein bis drei Fragen geht, kann man Quenten dafür verwenden und direkt die Informationen, die man gesammelt hat, hinterher weiterverarbeiten. Das ist der fertige Funnel Nummer 14. Okay. Hast du schon mal einen kleinen Teil. Genau. Von Google habt ihr zufällig den Link, weil ich kann kein Englisch... Einfach Google Umfrage suchen. Du kannst, glaube ich, einfach, wenn du in Google Drive bist, glaube ich, kannst du eine Umfrage anlegen. Okay. Das ist wirklich nicht so kompliziert. Gut, danke. Gerne. Hicke dir gerade mal dazu einen Link rein, wie man Umfragen erstellt. Google Hilfe steht jetzt unten im Chat. Dankeschön. Sehr gerne. Dann hattest du aber noch eine Frage. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich meine Videos hosten kann. Kann ich nicht bei euch. Ich bestimmt nicht, glaube ich nicht. Wo man gucken kann, wie lange hat er die angeguckt. Geht sowas nicht, ne? Ich weiß nicht, welche Art von Videos, aber ich denke generell, wenn man so ein bisschen mit Videos unterwegs ist, kommt man früher oder später nicht an einem bezahlten Vimeo-Account drumherum. Vimeo funktioniert nicht. Okay. Mein Content. Okay, aber dann kenne ich mich da nicht aus. Alles klar, gut, danke. Aber du könntest sehen, wie lange jemand die Videos gesehen hat, wenn du die Quenten, wie heißt das? Analytics, das Tracking einschaltest. Ja. Auf deiner Webseite, das kannst du dann sehen, egal wo die Videos gehostet werden, letzten Endes. Okay. Stefan schreibt, A, Marketing ist Chefsache und B, jeden Tag 20 Minuten gequentelt, reicht, um alles zu lernen. Genau, einfach mal sich auch die Zeit nehmen. Stefan, danke. Genau, sich damit beschäftigen und man sollte es tatsächlich als Chef, Chefin einmal wenigstens selbst verstanden haben und selbst umsetzen können. Das macht durchaus Sinn. Richtig. Susanne fragt, was mache ich mit Single-Opt-Ins? Leider gibt es bei mir sehr viele davon. Wenn sich jemand bei dir einträgt und nicht bestätigt, dann würde ich mir mal den Double-Opt-In-Prozess anschauen, ob es klar kommuniziert ist, dass die Mail auch von dir kommt, also dass das kongruent ist, wo sie sich eingetragen haben zu dem, was sie dann bekommen. Das könnte eine Möglichkeit sein, dass sie nicht bestätigen. Ansonsten, ein Single-Opt-In ist eben leider nur ein Single-Opt-In und keinen Kontakt, den man anschreiben darf. Vielleicht da auch noch mal eine Ergänzung dazu. Und zwar, hier wäre mal die Frage, wie viel Prozent der Leute durchlaufen denn nicht den Double-Opt-In-Prozess? Ich betreue gerade den Launch von Herrn Dr. Rainer Zietelmann und dort haben sich von 150 Opt-Ins oder so hat nur einer nicht bestätigt. Also ich will damit sagen, wenn die Leute das wirklich haben wollen, dann werden die das machen. Ich würde mir also die Frage stellen, erst mal Frage Nummer eins, was ist unter welchen Umständen normal? Normal ist sicherlich eine Bestätigungsquote von 80 Prozent, würde ich sagen. Vielleicht 70. Dass 20, 30 Prozent sich nicht anmelden. Jetzt kommt es aber wirklich auf die Traffic-Quelle an und auf die ganzen vielen Weichenfaktoren, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. Wenn ich Facebook Lead-Ads schalte und ich versuche mit meinem eigenen Mail-System den Double-Opt-In-Link hinzubekommen, da werden Unmengen das Ding einfach nicht bestätigen. Wenn ich im Bereich Bezahlwerbung unterwegs bin, leider, 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 insbesondere bei Google, dort habe ich, je nachdem in welcher Branche ich bin, viele sogenannte Bot-Eintragungen. Da kann man, wenn man ein bisschen erfahren ist, dann sieht man es irgendwann, was Bots sind. Also was weiß ich, Lars Müller 1978, ich übertreibe jetzt, es gibt aber so gewisse amerikanische Namenskombinationen und so weiter, da sieht man es schon, okay, das ist jetzt irgendwie, stimmt nicht. Also es kann sein, dass du in einem Segment unterwegs bist, wo du mit relativ vielen Bot-Eintragungen konfrontiert bist und dann sieht das vielleicht aus, dass sich 30 Prozent, dass 30 Prozent nicht den Bestätigungslink geklickt haben, aber vielleicht sind davon wiederum 80 Prozent einfach Bots gewesen. Wir haben teilweise selbst in unserem Bereich E-Mail-Marketing, bei Google-Werbung, je nachdem, international ist es noch schlimmer, teilweise 50 Prozent Bot-Eintragung. Also betrachtet das mit einem gesunden Menschenverstand, es kann nämlich auch sein, dass man denkt, die laufen da alle nicht durch, aber vielleicht sind das einfach keine Menschen. Das mal im Kopf haben. Und wie gesagt, man kann natürlich an den ganzen Faktoren spielen. Natürlich hängt es mit dem Haben-Wollen zusammen. Natürlich muss ich den Leuten auch verkaufen, ey, jetzt klick da drauf. Und vielleicht kann man da den, überlegen, den Prozess zu verbessern, wenn das wirklich schlechter ist als 70 Prozent Bestätigungsquote, 80 Prozent. Sollte man sich vielleicht ransetzen. Genau. Genau. Die Leute verabschieden sich schon, wenn es noch Fragen sind. Ach so, okay, da kommen noch welche. Wir haben noch ein Loop von Kai einmal für unseren Support. Nach 20 Minuten bereits schon eine Antwort bekommen. Muss ich auch sagen, auch wenn ich manchmal eine Supportfrage habe, kriege ich da auch sehr, sehr schnell Antwort. Ansonsten frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Angelika schreibt, echt cool, werde gleich mein Account einrichten mit dem Handbuch starten. Frohe Weihnachten. Ihr habt mich von euch überzeugt. Sehr sympathisch. Vielen Dank. Und eine gute Entscheidung, wie Marion auch schreibt, für Quenten. Sehr schön. Dann schreibt Marion, bin froh, dass ich heute an meinem ersten Urlaubstag teilgenommen habe. War sehr wichtig, informativ und interessant für mich. Sehe jetzt, was ich weiter tun kann und habe bereits schon Ideen, wie ich meine Leads weiter bespielen und neue Leads generieren kann. Danke an euch und frohe Weihnachten. Susanne Huber, ich folge dem Mentoring von Ralf Schmitz. Von daher sollte das okay sein. Das denke ich auch. Ja, das waren jetzt alle Fragen. Weitere habe ich jetzt keine. Genau, Marion sagt noch 0,5 bis 1 Prozent. Ah ja, genau. Ja, das ist also, meine Leads kommen hauptsächlich über YouTube-Links. Kann ich mir vorstellen, wenn die Leute erst mal ein Video gesehen haben und sie gehen dann da drauf, dann wollen sie den Rest auch haben. Dann suchen die ja wirklich aktiv danach. Aber da ist es auch mit diesen Zahlen, es spielt manchmal nicht so eine große Rolle, was gut oder schlecht ist. Also ich habe funktioniert, nehmen wir das als Beispiel, dieses Thema Öffnungsquote. Es gibt funktionierende Geschäftsmodelle mit einer miesen Öffnungsquote und es gibt nicht funktionierende Geschäftsmodelle mit unglaublich hohen Öffnungs- und Klickraten. Also es muss am Ende einfach stimmen. Lasst euch da nicht von den Zahlen immer so irre machen. Genau, so hier kommen die Weihnachtsgrüße. Ich denke auch mal in diesem Sinne kommen wir hier zum Schluss. Wenn noch Fragen sind, wir sind gerne für euch da. Stellt eure Fragen über den Support oder per E-Mail, wie ihr seht in der Regel. Guck, guck. Hallo. Hallo. So, dann haben wir das Thema Ton auch erledigt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, hat mich riesig gefreut. Ich wünsche euch alle ganz, ganz, ganz frohe Festtage. Feiert schön mit euren Lieben. Wenn wir uns nicht mehr sehen, natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn du noch keinen Quenten-Account hast, geh auf die Quentenseite, schaust dir an, erster Monat nur ein Euro, günstiger wird es nicht und dauerhaft den noch bedeutend günstigeren Preis sichern. Mit dem Gedanken, danach sind wir immer noch billig im Vergleich zu den Wettbewerbern. Ja, also wir machen hier nichts, keine Katastrophe. So, also in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich danke euch auch, kann mich dem nur anschließen. War schön, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kommt gut ins neue Jahr und feiert schön mit euren Lieben. Bis dann, danke, ciao.